so schönen guten tag freunde offbautechnik herzlich willkommen zum neuen video das thema des heutigen videos ist das offroad treffen in wischer ja wir können da mal ein bisschen rüber schwenken da sind die beiden objekte der begierde ja wir wollen jetzt den uaz aufladen heute haben wir freitag den tag vor wischer den 22 märz laden jetzt den uaz wie gesagt auf auf den trailer und dann fahren wir morgen da los einen teil der fahrt können wir filmen ich werde den elo fahren ja und dann bringen wir den nach wischer spielen ein bisschen damit und werden euch mal zeigen was der uaz so im gelände kann genau freut euch auf ein paar schöne aufnahmen ich werde nicht alles kommentieren können spezielle sachen werde ich kommentieren ja und jetzt werden wir mal gucken wie der uaz anspringt wie gesagt ich war jetzt die letzten tage dabei habe mal ein bisschen was gemacht zum beispiel hier die fenster ausgebaut damit man schön ein bisschen rinnen und raus gucken kann ich schalte ich mal aufs weitwinkel die Tür zu machen mein hauptschalter an beim uaz starten immer wichtig schock ziehen das jaspel auch schon ein bisschen weg ich drehe dann noch zweimal das gras gucken dass ein gang raus ist jetzt zum beispiel schon verrückt jetzt noch drinnen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, So, genug gespielt. Jetzt bringen wir ihn in Aufladestellung. Das macht aber auch immer Spaß. Und die Tür dann ist auf der Hand. Anscheinend war sie nicht richtig zu. Zack. Da sieht man schön die Kreise. Auf den Trailer kommt der jetzt gleich rauf und damit fahren wir den los. Genau. Wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020